Flashpoint ist wohl eine der Storylines um den roten Blitz, aber da kann man doch sicher noch mehr rausholen. Abracadabra. Brandneu die Flashpoint-Komplettausgabe als Deluxe-Omnibus von Panini Comics. Ich habe sehnsüchtig drauf gewartet und dann direkt zugeschlagen. Dieses fette Teil musste ich auf jeden Fall haben. Und bei 1516 Seiten kann man auch über den Preis nicht meckern, auch wenn 125 Euro erstmal viel klingt. Dafür kriegt man die Hauptstory mit allen Tie-Ins und hat das komplette Erlebnis. Was will man mehr? Ein absoluter Klassiker und Must-Have für jeden Flash-Fan. Der kommt erst gar nicht auf den Lesestapel.